Yeah, hat mich unter dem Hashtag wie geht YouTube gefragt. Hallo Jan, ich habe ein Problem. Und zwar habe ich vor kurzem einen neuen Kanal erstellt. Jetzt wird bei mir aber auf dem Computer immer automatisch der Tab Diskussion angezeigt und ich kann ihn auch nicht mehr deaktivieren. Auf dem Handy wird er allerdings nicht angezeigt. Wäre super hilfreich, wenn du vielleicht mal ein Video dazu machen könntest. Danke im Voraus. Diesen Diskussionstab gibt es nur bei Kanälen, die weniger als 1000 Abonnenten haben. Kanäle mit mehr als 1000 Abonnenten bekommen den Community-Tab, wo man selber was posten kann und das ersetzt dann quasi diesen Diskussionstab. Früher konnte man auch ganz, ganz einfach diesen Diskussionstab als kleiner Creator ausstellen. Das hat YouTube jetzt aber deutlich komplizierter gemacht. Es ist gar nicht so schwierig, aber man muss wirklich wissen, wo man das ausstellen kann. Wo das geht, das zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und wir sind jetzt hier mal auf einem ganz frischen YouTube-Kanal, der eben noch diesen Diskussionstab hat. Du kannst ihn natürlich anlassen, wenn du möchtest. Wenn du ihn aber nicht haben möchtest, dann zeige ich dir jetzt, wie du ihn ausschaltest. Dazu gehst du hier einmal auf Kanal anpassen, beziehungsweise du kannst auch auf Videos verwalten klicken oder einfach hier oben rechts in dein YouTube-Studio gehen. Hauptsache, wir befinden uns danach im YouTube-Studio. Und dann gehen wir nicht auf Kanal anpassen, wie man es erwarten würde, sondern wir müssen hier unten in die Einstellungen gehen. Wenn wir in den Einstellungen sind, gehen wir hier links auf Community, dann hier oben auf Standard-Einstellungen. Ja, ich weiß, es ist sehr versteckt. Und dann gibt es hier diese Kommentare auf deinem Tab Diskussionen. Und wenn wir hier nicht mehr sagen, alle Kommentare zulassen oder Kommentare prüfen oder sowas, sondern Kommentare deaktivieren, dann deaktivieren wir nicht nur die Möglichkeit, dort Kommentare zu schreiben, sondern den kompletten Diskussionstab. Wenn wir jetzt auf Speichern gehen und dann nochmal hier unseren Kanal öffnen, dann werden wir sehen, dass jetzt dieser Tab Diskussionen komplett verschwunden ist. Falls du so wie der Kanal ja auch eine Frage rund um YouTube hast, dann schreib sie doch gerne unter dem Hashtag Wie geht YouTube in die Kommentare. Jeden Montag gibt es hier ein Video von mir, wo ich eine dieser Fragen beantworte und vielleicht beantworte ich schon am nächsten Montag deine Frage. Das war es von mir. Tschüss, euer Jan. Das war es von mir. Tschüss, ich bin mir. Tschüss, ich bin mir. Tschüss. Das war es von mir. Tschüss, ich bin mir. Tschüss.